Attacke! Voll hinten rein! Voll hinten rein Jungs! Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mount & Blade 2 Bannerlord. Heute spielen wir wieder mal die Betaine. Wie gesagt, es ist wirklich zur Zeit schwierig drauf zu kommen. Jetzt haben die ein größeres Update rausgeböllert. Ich glaube es hat was mit der Performance zu tun und hier und da und das und dies. Was ja alles dies so gut momentan geklappt hat. Mal sehen, ob es sich jetzt hier auch im Spiel was drastisch geändert hat vom Spielen her. Wie gesagt, heute nochmal die Betaine. Bin mal gespannt, ob sie jetzt so vom Spielen her jetzt irgendwie was geändert hat. Aber erster Blick merke ich jetzt nichts. Vielleicht die Geräusche hört sich ein bisschen zatter an oder so. Bin jetzt mal gespannt. Oh, voll daneben gelöpt. Jungs, bleib doch ruhig. Hakuna Matata! Frieden! Wir müssen nicht immer Krieg machen. Oh, schon wieder daneben gelöpt. Junge, komm her! Trau dich! Hopp, eins gegen drei! ich habe den posten mal ein pfeil okay ich habe einen pfeil in meiner brust so hat er geschossen vor der auf mich geschossen ist sie gerade nicht wo sie gerade da ist die rade da ist gerade schon wieder ein pfeil mal meine brust jetzt habe ich den getroffen das wollte ja eigentlich schon wieder daneben muss ein bisschen noch üben mit zielen und so früh habe ich jetzt geschossen junge da mann heiket tut er nicht mein harry in die kosche geben den habe ich getroffen lol jetzt aber schon angst bekommen so was machen wir es gibt die da die da oder soll ich erstmal das machen was nehmen unsere harrys so wäre es jetzt optimal dann würde ich den jetzt so nehmen in ordnung das wäre jetzt echt geil finde es interessant dass die upgrade bekommen haben die davor auch drei verschiedene waffen ich weiß nicht bin mir jetzt nicht sicher sie jedenfalls neues update ist rausgekommen und jetzt hier erstmal wieder f1 und f2 ich freue mich so dass es hier schön weitergeht gut jungs folgt mir jetzt haben wir zwei bogenschützen habe jetzt gar nicht gesehen wen verteidige ich den linken oder den rechten ich laufe jetzt links beziehungsweise ich laufe mal etwas mittiger die haben zwei pferde das ist semi geil wirklich semi geil versuch trotzdem mal dass das das ist echt man wie machen wir es wie machen wir es wer machen wir es am dürfest denn ich laufe trotzdem nach oben ich muss jetzt meine augen in alle richtungen offen halten nicht dass wir jetzt hier aber auch in das erste blut kommt das erste blut jungens wir sind wir sind wir sind wir sind es müssen natürlich auffassen weil die haben jetzt natürlich in strategischen vorteile in form der geschwindigkeit harrys stellt euch mal hier so auf jungs 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 ah daneben gott das ist ja ein spieler das ist doch durch junge meine ich wohl auch danke sehr also sowas der dräder 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 völlig hier durch oh gott da kommt ja noch einer äh ähm man ich wollte jetzt wollte jetzt hier nicht hier machen ähm f1 bitte danke sehr bleibt mal hier so stehen oh jungs das kann ja weiter werden so kommst du her oder gehst du weg junge geht mal nach da vorne jetzt müssen wir zu a ein langsam mal oh 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 von hinten von von hinten das ist echt mies jungs geht drauf geht drauf geht drauf auf die pferde ah shit da bin ich gestorben da hat er mich in sperr in die wirbelsäule gerammt die sau hallo mit dem darf ich jetzt keinen keinen mehr werfen ich hab doch gerade lustig mit dem darf ich keinen mehr werfen oder die haben schon alle leer gebrochen wahrscheinlich haben die schon alle leer gebrochen wir müssen jetzt so a wir müssen so a das bringt nichts das bringt nichts das bringt nichts ich versuche jetzt mal mit meinen einheiten hier junge komm junge 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 hopp hopp trau dich trau dich auch her verdammte axt ah nein das ist das ist doof das ist echt doof das ist echt doof wir werden das jetzt die schlag wahrscheinlich auch verlieren oh es sind mehr leute jetzt reingejoint das ist natürlich ja gut zum glück werden die nicht mehr ah das habe ich nicht getroffen jungs 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 kommt ihr her obst da war dumm nein so ich wollte ja eigentlich sagen f3 so so dass die jetzt die aggressiv sind und alle mal hinten rein ballern wir werden das verlieren wir werden das verlieren aber die wenn wir die kaputt haben hauziek kaputt jungs hauziek kaputt aber ich werde nicht durchgekommen naja das ist blöd wir sind etwas ohne deckung sind etwas ohne deckung ich ziehe meine harry ist ein bisschen zurück geht mal ein paar meter zurück sonst werden wir hier weggeschossen das ist doof das ist doof das ist doof das ist doof geht man noch ein paar meter zurück hier seitlichen hier seitlichen unser vorteil ist wir sind echt gut gepanzert so jungs müssen durch ihre schilder durch sein echter nachteil wenn die wirklich schildball machen man kommt da nicht durch man kommt da nicht durch schießt mal weiter jungs so jetzt f1 hier schnell 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 jetzt können wir die bogenschützen einen drauf geben jetzt können wir ja jetzt sind die offen jetzt können wir sie hinten reinschießen voll drauf jungs voll drauf jungs voll drauf jungs jetzt können wir die einen mitgeben ah jungs 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 lauf mal ein paar meter vor ah shit 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 wir müssen jetzt ein bisschen mehr ins schlachtgeschehen rein und hoffen dass uns die gunnies da jetzt nicht zu sehr auf den deckel gehen f1 dahin jungs dahin jungs dahin jungs oh verdammt unsere haare sind alle tot das ist natürlich scheiße das ist ah verdammt damm tag ah nein 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 ja wir werden wir gemetzelt wir werden wir gemetzelt wir werden gemetzelt einer lebt noch oh ne ah schön jetzt sieht man hier die lebensanzeigen der harrys das ist schön zwar etwas plump gestaltet aber schön na gut die haben halt leider auch jetzt die schlechtesten einheiten also das wird wahrscheinlich wieder eine lila lage werden naja aber die leben noch aber in der situation wir konnten da nichts weitermachen ganz ehrlich wir konnten da nichts weitermachen ja 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 das also wenn die das jetzt noch schaffen 1,2,3,4 Leute kaputt zu machen also dann dann wären die wirklich pros aber die haben ja nichts die haben ja ein kleines Schild und halt ah ein Schwertchen und ansonsten haben die ja nichts keine Rüstung nichts wenn das solche äh Ritter will ich wirklich mal sagen die Azzerei da ankommen und durchmähen jetzt von hinten auch mit ihren einheiten selbst die sind ja ein bisschen besser gepanzert als unsere harrys hier ja ja schade na das ist wirklich überhaupt nicht schön ich hoffe mal die die tun die ein bisschen vorne ablenken und wir können dann einfach von hinten rein rennen das wäre ein Träumchen für das Bäumchen aber auch der hier hat drei Waffen jetzt eine Lanze und äh Schwert und äh paar 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 Wurfsperre das ist schön Jungs Attacke voll hinten rein voll hinten rein voll hinten rein Jungs die mischen wir auf ja jetzt kommen unsere harrys wunderbar oh scheiße ich bin tot ich bin tot ich bin tot oh der hat kein Helm er auf ich hatte gar kein Helm F1 F2 raus 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 Jungs raus Jungs wir haben viele Verluste gemacht aber wir haben die gut äh gut kaputt gemacht wir versuchen jetzt die da oben jetzt ähm abzuflenken das wäre ein Träumchen das wäre ein Träumchen wenn wir jetzt die hier kaputt machen könnten das wäre wirklich ah da wurde mein Pferd erwischt da wurde mein Pferd erwischt ah ne ah das wird nichts das wird nichts hätte ich nicht allein hingehen dürfen hätte ich nicht allein hingehen dürfen ja Junge Junge lass mich doch mal rein lass mich doch mal rein danke sehr ich reiß mal aus ich reiß mal aus ich reiß mal aus ich reiß mal aus da ran, da ran, da ran, da ran, da ran oh das dachte ich nicht dass sich der einfach umdreht jetzt sind wir Einzelkämpfer oh 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 den den schnappe ich mir das muss ein General sein au der hat mich besser getroffen die Sau die Sau so jetzt habe ich dich nochmal getroffen voll durch ach ah nein 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 ich bin nicht getroffen ich bin nicht getroffen Junge Junge renn 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 Hilfe 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 Solokämpfer starker Solokämpfer gut gut Jungs gut Jungs gut Jungs das ist das wird auch schon was hehehehe zumindest lebt Alter wir könnten es wirklich noch ausgleichen das wäre ein Traum das wäre wirklich ein Traum aber hehehehe ich reite jetzt einfach Kamikaze rein oh shit hätte ich nicht tun sollen hehehehe Kamikaze ist keine Lösung in dem Game zumindest ja okay das wird trotzdem ein bisschen spannend auch obwohl einer lebt noch aber der ist halt mit die Bogenschützen und halt ne da lebt auch noch einer zwei leben noch Boah aber das ist echt schon also ja ja das Update gefällt mir auf jeden Fall schönes neues Update Jungs ah wir haben jetzt echt ein Problem weil die Bogenschützen von denen die sind nicht von schlechten Eltern sind nicht von schlechten Eltern aber die sind jetzt besser die Bogenschützen von denen muss ich sagen also die sind jetzt alle Einheiten haben ein kleines Upgrade bekommen die haben wirklich ein Upgrade bekommen das ist schön zu sehen man sehen vielleicht gewinnen wir es ah könnte schon sein zwei gegen okay zwei gegen eins normalerweise aber die sind halt schon sehr stark wegen ihrer Schwerter ist doch noch hehehehe jetzt lebt nur noch einer von dem Gegner aber schön dass jetzt hier äh alles angezeigt wird weil das ist wirklich interessant zu sehen wie viel Leben der jetzt der Einzelne noch hat ich denke mal das wird er nicht überleben hehehehe ja alter wie stark sind die oder wie gut spielt er die ah zwei leben noch ah das könnten könnten wir schaffen ja letzter Junge das schaffst du das schaffst du ja hohoho da ist doch einer wo kommt denn der wo kommt denn der oh 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 haha Vietnam Flashbacks könnt ihr euch noch erinnern wie ich zu zweit mit jemandem war und der mir mein Verbündeter einfach einfach äh ja ein Speer in den Rücken gesteckt hat hehehehe das war nicht sehr toll hey Pferdmove alter krasse Maschine take some errors hehehehe ja ja ah ich denke das haben wir schon gut gemacht wir mussten hinten rein pushen bei denen schön oi da hat er ihn noch erwischt hehehe die arme Sau ah da ist ein Reiter das ist nicht so geil ich halte mich mal bedeckt ich halte mich mal bedeckt marschiere weiter mal vor da sind Bogenschützen da sind Bogenschützen ich muss weitergehen ich muss weitergehen um die Ecke um die Ecke Jungs 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 geht mal um die Ecke das ist oh Gott da vorne ist welche F1 machen wir kurz mal F3 äh 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 F2 Jungs einfach Angriff 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 vielleicht ja hier in Formation wieder F1 wählen Jungs 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 nach da hinten nach da hinten schnell 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 ach ach ich lenke das Feuer gerne auf mich gut 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 Jungs ich zieh sie her ich zieh sie her Angriff auch Chilada da bin ich aufgepasst ja wie viel hält so aus Junge so jetzt bist du kaputt Junge Angriff Au Chilada Jungs die machen wir kaputt die machen wir kaputt hinterher 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 der zieht auf jeden Fall seine Einheiten sehr schlau nicht so schlau wie ich gerade ach man ich mags ein bisschen dumm grad mags wirklich ein bisschen dumm aber jetzt konnte ich die ein bisschen herlocken hab ich noch ne hab ich nicht die haben schon alles leer geschossen dient oh 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 nein als du fast alle tot und ich werde jetzt auch sterben ah verdammt Nein Nein 101 101 Junge Ich will ja verdammt Ja jetzt freust du dich Junge bitte bitte ah Autsch Aja ich bin tot Ja, verdammt. Aber, oh, die anderen haben aber einen verloren. Ein, ein Harry, ein Mitstreiter. Aber trotzdem sind sie noch zu dritt und wir sind nur noch zu zweit. Aha, fände ich jetzt mal gespannt, wie das hier ausgeht. Eine freie Kamera wäre auch schön. Ja, aber dann müsste man den Chat deaktivieren. Sonst konnte man erst seine Leute spoilern. Aha, wir haben aber die Bogenschützen echt gut dezimiert. Aber ihr habt gesehen, die sind echt sehr stark. Wir haben die einigermaßen klug gespielt und immer zurückzieht, dann können die wirklich viel Schaden ausrichten. Ihr seht, wie die runtergeschossen werden, hier wirklich die einzelnen Leute. Also es kann wirklich krass sein, ja. Eieiei, das hier sind die letzten Truppen. Wir werden diese Schlacht verlieren. Irgendwo hat der Feind noch einen zweiten Harry. Ja, die sind wirklich stark. Ja, da war der zweite Harry. Ist jetzt der letzte noch. Naja. Leider eine Niederlage. Aber, naja. Passiert auch mal. Und, ja. Schade. Naja. Hey, Mitte. Goal. Heute haben wir wieder mal die Petainia gespielt. Die haben, ja. Das, also nach einem neuen Update. Spielt sich wirklich ein bisschen anders, muss ich sagen. Und, ja. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Wir müssen immer noch dieses, das Empire irgendwie, ich will immer wirklich das Empire spielen. Also das habe ich noch gar nicht gespielt. Ich möchte echt gerne mal spielen, weil die sind wirklich coole Einheiten. Vor allem, weil da mein Bart durch den Bart durchgeht. Durch den goldenen Bart. Ich hoffe, euch hat es wirklich gefallen. Heute eine knappere Niederlage. War nicht so ganz heute mein Tag. Aber ich hoffe, das können wir dann in der nächsten Folge dann kompensieren. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.